Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal und zu einem weiteren Apex Legends News Update. Ich habe heute das erste geleakte Bild für euch von der neuen Battle Royale Map in Apex Legends. Auf Reddit ist es aufgetaucht, ich habe den Post auf Twitter entdeckt. Theoretisch müsste es natürlich noch eine Weile dauern. Im November laut Respawn, den Zyklus, wollen sie jedes Jahr so beibehalten. Ich bin gespannt, ob sie das schaffen. Also sprich in Season 15 ist es soweit. Ich zeige euch den Post und danach eine schöne Großaufnahme. Es soll eine Mondmap werden. Finde ich eine ultra, ultra geile Idee. Jetzt zeige ich euch das einfach mal in groß. Und ich denke, man braucht nicht viel Fantasie, wenn wir uns die Skybox hier ansehen. Im Hintergrund lauter Asteroiden. Mondmap passt also. Sie sieht einfach mal aus wie der Heimatplanet bzw. der zerstörte Mond von Sears Heimatplanet. Und wenn das tatsächlich so der Fall ist und meiner Meinung nach kann es eigentlich auch nur so sein, wenn es denn wirklich stimmt, dass dieser Post hier echt ist und davon gehe ich einfach mal aus, dann wird die neue Battle Royale Map in genau dieser Optik wahrscheinlich sein. Und das würde ich extrem, extrem feiern. Und diese Skybox fand ich von Anfang an, als die neue Arena Map Encore rauskam, ultra, ultra stark. Und wenn wir uns das im Hintergrund jetzt genauer angucken, es sieht eben aus wie eine Mondlandschaft. Der Asteroidengürtel, ein paar schwebende Felsbrocken im Hintergrund und so weiter und so fort. Also könnte das tatsächlich so passen, würde ich auf jeden Fall extrem interessant finden. Im Vordergrund mit ein bisschen Fantasie finde ich, dieser Spot sieht aus wie Hammond Labs auf Olympus. Im Hintergrund sehen wir eine längere Schutzmauer oder was es darstellen soll und ein Stück hinter dieser Mauer auf der rechten Seite. Sieht so ein bisschen aus wie so ein Mini Harvester. Finde ich extrem interessant, diese Theorie. Ich glaube auch nicht, dass es nur eine Theorie ist, sondern dass es tatsächlich so stimmt. Also schreibt mal in die Kommentare, was haltet ihr genau von so einer Art Battle Royale Map in dieser Optik? Alleine die Skybox finde ich so ultra faszinierend. Ich bin auf eure Meinung gespannt. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Oder rein. Ciao.